Der große Preis von Ungarn 2009 fand am 26. Juli auf dem Hungaroring in Mogorod statt und war das zehnte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft. 2009. Berichte Nach dem großen Preis von Deutschland führte Jenson Button die Fahrerwertung mit 21 Punkten vor Sebastian Vettel und 22.5 Punkten vor Mark Webber an. Born Mercedes führte in der Konstrukteurswertung mit 19,5 Punkten vor Red Bull & No und mit 77,5 Punkten vor Toyota. Bei Toro Rosso wurde Sebastian Burdais durch Jamie Algersuari ersetzt. Algersuari wurde durch seinen Start im Alter von 19 Jahren und 125 Tagen zum bisher jüngsten Formel-1-Fahrer und bracht damit den fast 29 Jahre alten Rekord von Mike Dequell. Der bei seinem Debütrennen 19 Jahre und 154 Tage alt war. Robert Kubica bestritt beim großen Preis von Ungarn seinen 50. Grand Prix. Mit Rubens Berischelow, Fernando Alonso, Kimi Riekön, Jenson Button, Louis Hamilton und Heike Kowalainen traten sechs ehemalige Sieger zu diesem Grand Prix an. Im ersten freien Training erzielte McLaren-Pilot Heike Kowalainen die beste Zeit von Nico Rosberg und seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Im zweiten freien Training bestätigte Hamilton die gute Leistung seines Teams und fuhr die schnellste Zeit vor Kowalainen und Rosberg. Im dritten freien Training war Hamilton erneut der schnellste Pilot. Auf Platz zwei und drei folgten Heidfeld und Rosberg. Somit war in jedem Abschnitt des Trainings ein McLaren-Pilot auf der ersten Position. Im ersten Teil der Qualifikation erzielte Rosberg die schnellste Zeit. Beide BMW Sauber- und Force India-Piloten sowie Debutant Algez-Uari schieden aus. Algez-Uari schied vor Ablauf der Zeit mit einem Hydraulik-Defekt aus. Im zweiten Abschnitt erzielte Weber mit 1.20 Uhr die schnellste Zeit des gesamten Rennwochenendes. Nach Ablauf der Zeit verunglückte Philippe Massa schwer als ihn eine etwa 800 Gramm schwere Metallfeder, die sich von dem 4C S, also außer Sichtweite vor ihm fahrenden Bron von Rubens Bärische Low gelöst hatte, nach Aufspringen auf der Fahrbahn bei 240 Kilometer pro Stunde am Helm traf. Er war kurzzeitig bewusstlos und fuhr frontal in die Reifenstapel. Massa erlitt eine schwere Gehirnerschütterung. Außerdem musste ihm ein Schädelknochensplitter operativ aus der linken Augenhöhle entfernt werden. Die Toyota-Piloten, Bwemi, Bärische Low und Pique schieden aus. Massa qualifizierte sich zwar für die dritte Trainingssitzung und wäre somit, da er daran nicht mehr teilnehmen konnte, von Startplatz 10 gestartet. Nachdem klar war, dass Massa zum Rennen nicht einsatzbereit sein wird, entschied die Rennleitung, die nachfolgenden Fahrer jeweils um einen Platz aufrücken zu lassen. Im dritten Teil des Qualifyings fiel die Zeitmessung des Herstellers LG Electronics aufgrund eines beschädigten Kabels aus. Somit herrschte unter den Piloten zunächst Ratlosigkeit darüber, wer von der Pole-Position ins Rennen gehen würde. Schließlich erreichte Fernando Alonso die Pole-Position mit einer Zeit von 1 zu 21.569 Minuten vor den beiden Red Bull Renault von Vettel und Webber. Rennen beim Start behauptete Alonso die Spitzenposition vor Webber, Hamilton, Reekön und Vettel. Reekön, der mit Hilfe von Keers einige Positionen gut machte, kollidierte in der ersten Kurve leicht mit Vettel, der darauf einige Positionen verlor. Nach nur einer Runde beendete Adrian Sutil sein Rennen in der Boxengasse. Wenig später überholte Hamilton Webber nach der ersten Kurve, in dem der McLaren-Pilot Keers einsetzte und machte Druck auf den führenden Alonso. Der Spanier, der mit wenig Sprit gestartet war, musste früh einen Boxenstopp durchführen. Dabei passierte seiner Boxenmannschaft ein folgenreiches Missgeschick. Sein rechtes Vorderrad war nicht richtig befestigt und löste sich wenig später von Alonso's Renault. Glücklicherweise wurde niemand von dem durch die Luft fliegenden Rad getroffen. Nach einem Notstopp gab Alonso wenig später in der Boxengasse auf. Renault wurde nach Ende des Rennens für das nächste Rennen gesperrt. Da man in Berufung ging, durfte das Team beim großen Preis von Europa jedoch starten. Wenig später kamen Webber und Reekön gleichzeitig an die Box. Nachdem Webbers Boxenstopp nicht ohne Probleme ablief, fuhr er zu früh los und wäre beinahe mit Reekön kollidiert. Nachdem alle Fahrer ihren Stopp absolviert hatten, führte Hamilton das Rennen vor Reekön und Weber an. Webbers Teamkollege Vettel fiel später mit einem Aufhängungsschaden, der bei der Startkollision mit Reekön entstand, aus. Ohne weitere Zwischenfälle gewann Hamilton den großen Preis von Ungarn vor Reekön und Weber. Hamilton gelang der erste Sieg eines Rennwagens mit Kehrs, welcher zudem der erste Sieg des Weltmeisters in dieser Saison war. Auch Reekön, der ebenfalls über Kehrs verfügte, erreichte mit dem zweiten Platz seine beste Platzierung. Weber konnte mit seinem dritten Platz seinen Rückstand auf den WM-führenden Button, der siebter wurde, verkürzen und übernahm zudem den zweiten Platz in der Fahrerwertung. Meldeliste Klassifikationen Eindeuten Philippe Massa nicht am Rennen teilnehmen konnte, rückten die hinter ihm platzierten Fahrer um jeweils einen Startplatz nach vorn auf. WM-Stände nach dem Rennen Die ersten 8 des Rennens bekamen 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt. Klassifikationen 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 Klassifikationen